Herzlich willkommen zur fünften Woche des Kurses Lernen im Netz 2.0 – Lernen in einer digitalen Gesellschaft. Sicherlich haben Sie nach absolvieren der ersten vier Einheiten bereits bemerkt, dass viele der angebotenen Lerninhalte mit Inhalten aus anderen Wochen verschränkt sind und es daher nicht immer möglich ist, die jeweiligen Wochenüberschriften völlig isoliert von anderen thematischen Bezügen zu behandeln. Heute möchte ich Ihnen einen Teilbereich des E-Learnings näher vorstellen, das sogenannte Mobile Learning oder im Deutschen mobiles Lernen bzw. abgekürzt M-Learning. Diese Form des E-Learnings darf keineswegs als Ablösung des E-Learnings verstanden werden, sondern als eine Erweiterung. Stellen Sie sich kurz selbst die Frage, was Sie mit dem Begriff Mobile Learning verbinden. Sicherlich kann man auch ein Buch mit in den Park nehmen und auf diese Art mobil lernen, aber Sie verstehen schon, dass es sich beim Mobile Learning vielmehr um die Tatsache handelt, unter Zuhilfenahme elektronischer, mobiler Endgeräte zeit- und ortsunabhängig zu lernen. Das heißt, auch ein Desktop-PC ist ausgenommen ungünstig für mobile Lernszenarien. Zwei wesentliche Anwendungsszenarien stehen dabei im Zentrum. Einerseits geht es um das bereits erwähnte zeit- und ortsunabhängige mobile Lernen mit mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablet-PCs oder Laptops, ohne dabei auf kabelgebundene technische Infrastruktur wie Strom- oder Netzwerkverbindungen angewiesen zu sein. Andererseits geht es auch um neue Möglichkeiten der Interaktion im Klassenzimmer oder im Hörsaal mit Lernenden bzw. der Kommunikation und Vernetzung unter den Lernenden. Wollen wir uns nun näher diesen zwei eben genannten Einsatzmöglichkeiten widmen. Beim Lernen mit mobilen Endgeräten offenbart sich schnell die Tatsache, dass die unterschiedlichen Endgeräte unterschiedlich große Displays zum Anzeigen der Inhalte haben und es daher für die Lernenden von enormer Bedeutung ist, wie aufwendig sich zum Beispiel die Navigation auf Webseiten gestaltet. Der erste Eindruck ist bekanntlich ein wesentlicher Faktor für die Motivation, sich weiterhin mit dem Inhalt zu beschäftigen. Ein gut umgesetztes Responsive Web Design, kurz RWD, oder alternativ ein sogenanntes Adaptive Web Design, kurz AWD, ist daher für das Lernerlebnis und das Betrachten von digitalen Lerninhalten enorm wichtig, da es die flexible Darstellung von Content ermöglicht, abhängig vom Endgerät, mit dem auf die Seite zugegriffen wird. Das heißt, die Darstellung von Navigationselementen, Bildinserts und anderen Elementen richtet sich nach dem genutzten Endgerät und damit verbunden der darauf verfügbaren Größe und Auflösung der Displays. Der Unterschied zwischen Responsive und Adaptive Design liegt darin, dass responsive Webseiten mittels CSS-Technologie, also Cascading Style Sheets-Technologie, freiskalierbar auf die Darstellungsgröße des Browsers reagieren, sodass der Inhalt für die Darstellungsgröße optimiert angezeigt wird, egal ob die Breite des Browserfensters 300 Pixel oder 1500 Pixel beträgt. Beim adaptiven Web Design werden dagegen distinkte, also fixe Layouts vorgefertigt, sodass abhängig von der Darstellungsgröße ein bestimmtes Layout einrastet, welches der verfügbaren Darstellungsgröße am Display am nächsten ist. Sofern nicht nur Webinhalte, sondern darüber hinaus Mobile Apps, also mobile Applikationen als Lernressource Verwendung finden sollen, offenbart sich eine weitere Herausforderung. Die unterschiedlicher Betriebssysteme. Es gibt leider kein plattformübergreifendes Betriebssystem, das sowohl auf mobilen Apple, Windows oder Android Endgeräten läuft. Und aus dieser Tatsache resultiert die Notwendigkeit, Lern-Apps für jede Plattform separat anzubieten, verbunden mit einem höheren Programmieraufwand. Wie bereits erwähnt, ist das Mobile Learning eine Möglichkeit, an jedem Ort zu lernen und wenn es auch nur für kurze Zeit ist. Wichtig ist daher, dass die Lernressourcen entweder in kleinen Portionen angeboten werden, sodass der Lernprozess jederzeit unterbrochen werden kann, beziehungsweise soll der Lernfortschritt dokumentiert sein, sodass man nach einer Unterbrechung an genau der gleichen Stelle fortsetzen kann. So kann man sich auf individueller Ebene eine sehr persönliche Lernumgebung schaffen. Neben der reinen Konsumation von bereits vorproduziertem Lerninhalt bieten sich mit mobilen Endgeräten aber auch verschiedene Möglichkeiten der Kommunikation bzw. Kollaboration. Mit mobilen Endgeräten können beispielsweise in Lehrveranstaltungen Mikroübungen absolviert werden, also kleine Tests bzw. Fragen der Vortragenden, um zu überprüfen, ob der gerade besprochene Inhalt gut verstanden wurde oder aber man nutzt die mobilen Endgeräte für spontanes Feedback. Mithilfe von sogenannten Audience-Response-Systemen lassen sich auch in großen Gruppen interaktive Methoden integrieren. In kleineren Lerngruppen wiederum bietet der Einsatz von Mobile Learning flexiblere Arbeitsformen. Das heißt, auch dezentral können gruppendynamische Abstimmungsprozesse bzw. kollaborative Arbeiten realisiert werden. Nicht nur textbasierter Informationsaustausch ist hier als Kernfunktionalität zu nennen, sondern auch das Aufzeichnen von Audio, Foto oder Video bieten hier Funktionalitäten, mit denen es möglich ist, spontan und sehr rasch Informationen zu sammeln, die später ausgewertet werden und zur Reflexion herangezogen werden können. Ein Begriff bzw. eine Lernform, die auf der Grundlage des Mobile Learning basiert, ist das sogenannte Seamless Learning, zu deutsch als nahtloses bzw. etwas freier, durchgängiges Lernen bezeichnet. Salopp gesagt verschwimmt beim Seamless Learning die Abgrenzung der Lernräume. Das heißt, eine klare Grenze des Lernens wird nicht mehr gezogen, sondern Erkenntnisse innerhalb des Unterrichts und außerhalb sollen nahtlos miteinander verknüpft werden. So lassen sich beim Seamless Learning formale und informelle Lernprozesse identifizieren. Das heißt, formale Lernsituationen werden im Hörsaal noch von den Lehrveranstaltungsleitern gesteuert. Die intrinsische Motivation der Lernenden ist Basis für das informelle Lernen außerhalb der klassischen Lehr- bzw. Lernumgebung. Zu beachten sei aber an dieser Stelle, dass beim Seamless Learning nicht ausschließlich auf elektronische Medien zurückgegriffen wird, sondern durchaus auch klassische analoge Printmedien als Teil des Seamless Learning herangezogen werden können. Zusammenfassend lässt sich folgern, dass im Mobile Learning sowohl Vor- als auch Nachteile zu verorten sind. Wie bereits an früherer Stelle erwähnt, kann das M-Learning nicht als Ablösung des klassischen Lernens bzw. des E-Learnings verstanden werden, sondern als Ergänzung bzw. Erweiterung. Hierzu sind jedoch auch didaktische Überlegungen anzustellen, sodass sich letztendlich der Einsatz mobiler Lernszenarien als sinnvoll erweist. Dazu müssen auch die Rahmenbedingungen geschaffen werden bzw. muss vorausgesetzt werden, dass jede bzw. jeder Lernende bereit ist, sein eigenes mobiles Endgerät, Stichwort Bring Your Own Device, zum Lernen zu verwenden. Erst wenn diese Voraussetzung gegeben ist und die Angebote seitens der Studierenden angenommen werden, lohnt sich auch der Aufwand, in mobile Lernangebote zu investieren. Demgegenüber stehen aber die Vorteile, die M-Learning auszeichnen. Mit der heutzutage nahezu flächendeckenden Verfügbarkeit von Internetzugang, sei es über WLAN oder das mobile Netz des Handybetreibers und den sehr kostengünstigen Tarifen für Handys, sodass praktisch jeder zu jeder Zeit online und vernetzt sein kann, ist es nahezu fahrlässig, diese Chance für das mobile Lernen ungenutzt zu lassen. Die zeitliche und räumliche Flexibilität ermöglichen ein Lernen in Umgebungen, die individuell zu wählen sind und dem persönlichen Lernstil entsprechen. Schließlich entscheiden Sie selbst, ob Ihnen das Lernen im Park eher zusagt oder aber an einem Fluss oder nur kurz an der viel zitierten Bushaltestelle bzw. auf dem Weg im Zug. Ebenso können Sie spontan Umgebungsinformationen festhalten und dazu weitere Recherchen anstellen, zum Beispiel bei der Besichtigung von Bauwerken, in Museen oder auch in der Natur. Dieses unmittelbar erworbene Wissen kann für weitere Arbeiten verwertet werden, beispielsweise im Rahmen von Exkursionen direkt mit Gruppenmitgliedern geteilt werden. Hier zeigt sich auch nochmals die im Kontext von Mobile Learning Szenarien sehr bedeutsame Interaktions- bzw. Kommunikationsfunktionalität. In den Zusatzmaterialien zu diesem Kapitel finden Sie weiterführende Informationen und Angebote, die Sie für mobile Lernszenarien einsetzen können. Viel Spaß beim Erkunden und Vertiefen Ihres Wissens über mobiles Lernen.